Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über ein fettes Minus für die Deutsche Bank, ein Opfer der Pommesflaute und den Everything-Einbruch. Im Thema des Tages schauen wir uns die Gründe für das Tech-Beben an und der EEE-Idee gibt es heute eine eierlegende Wollmilchsau mit Warnhinweis. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Philipp Wetter und Holger Zschäpitz aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte Heute ist Donnerstag, der 25. Juli und wir wünschen euch einen stabilen Start in den Tag. Ja, bei der Börsenentwicklung ist vor allem mentale Stabilität gefragt. Da gibt es heute leider keine Beschwingtheit. Die Wall Street, die erlebte einen tiefroten Tag, wie wir ihn schon lange nicht mehr gesehen haben. Der S&P 500, der büßte 2,3 Prozent ein. Das war der schlimmste Ausverkauf seit Dezember 2022. Und der Nasdaq, der krachte sogar 3,7 Prozent in die Tiefe. Ja, das war sogar das größte Tagesminus seit Oktober 2022. Ihr seht, wie gnädig die Börsen seit 2022 waren und uns von größeren Einbrüchen verschont haben. Aber das muss jetzt kein Grund zur Panik sein. Wir sprechen gleich im Thema des Tages über den Ausverkauf, gerade bei Big Tech. Auffällig, es handelte sich nicht um so eine Rotation wie in den vergangenen Tagen. Also etwa, dass Anleger aus Big Tech raus sind und das Geld dann woanders hin gepackt haben. Vielmehr rauschte alles in die Tiefe, eine Art Everything-Einbruch. Selbst der Russell 2000, der verlor am Mittwoch mehr als zwei Prozent. Der Darkster kam dagegen noch einigermaßen glimpflich davon. Der Index verlor 0,9 Prozent auf 18.387 Punkte. Dabei waren gerade aus Deutschland am Vormittag gruselige Konjunkturdaten veröffentlicht worden. Der Einkaufsmanager-Index, der ist wieder unter die Marke von 50 gefallen und signalisiert damit ein leichtes Schrumpfen der Ökonomie, wo wir doch gerade mal wieder expandieren wollten. Tja, auch Anleihen konnten vom Ausverkauf an den Börsen nicht profitieren. Die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen, die stiegen drei Basispunkte auf 4,28 Prozent. Hierzulande stieg die Rendite ebenfalls ganz leicht auf 2,44 Prozent. Gold und Bitcoin, die kamen am Abend unter Druck und fielen unter 2.400 Dollar je Unze, beziehungsweise beim Bitcoin unter die 66K. Tja, der Everything-Einbruch. Und hierzulande schickten die Zahlen der Deutschen Bank das Papier gleich um 8,3 Prozent nach unten. Die bereits angekündigte milliardenschwere Rückstellungen im Prozess um die Übernahme der Postbank hat der Deutschen Bank im zweiten Quartal unter dem Strich einen Verlust beschert. Und damit ist ein neues Aktienkaufprogramm im zweiten Halbjahr vom Tisch. Und außerdem zeigten sich Anleger vom höheren Risikorückstellungen wenig begeistert. Immerhin lief es im zweiten Quartal operativ solide. Vor allem das Investmentbanking, da sprudelten die Gewinne. Von der Deutschen Bank zur Deutschen Börse. Die Aktie, die wurde rund zwei Prozent höher getaxt. Die Deutsche Börse, die ist nach einem gelungenen Jahresauftakt auch im zweiten Quartal kräftig gewachsen. Sowohl die Nettoerlöse wie auch die Ergebnisse stiegen stark an. Die Zahlen waren geprägt von der Integration der Software-Schmiede Simcorp. Auch profitierte der Börsenbetreiber von der gestiegenen Volatilität an den Finanzmärkten und höheren Zinseinnahmen. Die Prognosen für das laufende Jahr, die wurden sogar nochmal erhöht. Und neben dem Tech-Beben gab es in den USA noch ein Pommes-Beben. Die Aktie von Lamp Western, die rauschte um 27 Prozent in die Tiefe. Das war der größte Tagesverlust aller Zeiten für den Hersteller von Pommes. Kartoffelspalten, Kartoffelscheiben, Kartoffelpüree, Rösti und anderen Kartoffelspezialitäten. Lamp beliefert Restaurants und Fastfood-Ketten und die verzeichnen gerade weniger Kundschaft. Und wenn man sich die Zahlen mal anguckt, in Nordamerika, da fiel das Volumen der verkauften Pommes um 7 Prozent und global sogar um 9 Prozent. Tja, für viele Analysten ist Lamp auch ein weiterer Beleg dafür, dass die Verbraucher eben gerade einen Igel in der Tasche haben. Geringere Ausgaben reichen von Luxusprodukten bis zum Fastfood-Besuch. Vorgestern hatten wir ja schon schwache Zahlen von LVMH, gestern von Kering. Der Umsatz ist im zweiten Quartal um 11 Prozent gefallen, für die Marke Gucci sogar um 19 Prozent, Yves Saint Laurent um 9 Prozent da unten. Ja und für die Kering-Aktie insgesamt ging es dann 4,5 Prozent abwärts. Rheinmetall immerhin kletterten nach vorläufigen Zahlen 0,5 Prozent und die sind dieses Jahr ja schon 75 Prozent gestiegen. Und normalerweise, wenn Unternehmen enttäuschen und schon 75 Prozent gestiegen sind, dann geht es zweistellig im Kurs runter. Aber Rheinmetall hat geliefert, der Umsatz wuchs um 49 Prozent und übertraf den Konsens von 38 deutlich. Und auch die EBIT-Marge profitierte und sprang auf 12,1 Prozent. Und das lag ebenfalls über Erwartungen. Das Auftragsbuch ist gut gefüllt und bildet nach Aussage eines Marktteilnehmers die Grundlage für das Erreichen des Jahresziels. IBM hat im vergangenen Quartal von seinem Softwaregeschäft profitiert. Der Computerkonzern übertraf die Erwartungen der Analysten bei Umsatz und Gewinn. Die Aktie, die legte im nachbörslichen Handel um mehr als 3 Prozent zu. Tja, dann mache ich noch schnell die Termine. Da gibt es wieder viele Unternehmenstermine und auch von der Konjunktur gibt es zwei wichtige. Einmal aus Amerika, dass die Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt des zweiten Quartals sind. In Deutschland haben wir den IFO-Geschäftsklima-Index. Gerade nach diesem Einkaufsmanager-Index werden da viele draufgucken, ob der denn wirklich steigt, wie erwartet worden ist. Also der IFO-Geschäftsklima-Index wird noch ein leichter Anstieg erwartet. Es gibt Zahlen von Nordex, Buffet, Sabada, Bank in Europa, Roche, Nestlé, Sanofi, Relix, Unilever, Total Energies, Hermes, Enel und Vinci. Und dann noch in Amerika Honeywell, Epi, Carrier Global, Nasdaq, VeriSign, Juniper, Decker's Outdoor, Tractor Supply und Royal Caribbean. Wir haben es ja gerade in den Märkten schon kurz angesprochen. Viele von euch dürften gestern ziemlich schlechte Laune beim Blick ins Depot bekommen haben. Zumindest wenn ihr auch in Tech-Aktien investiert seid. Allein gestern ging es um mehr als 3,6, fast 3,7 Prozent abwärts für den Nasdaq. Auf dem tiefsten Stand seit sechs Wochen. Und die Verluste der einzelnen Aktien, die waren schon ziemlich happig. Da gab es ein richtiges Tech-Beben gestern. Wobei das gestern ja nur der bisherige Tiefpunkt war. Denn eigentlich geht es ja schon seit ziemlich genau zwei Wochen abwärts. Den Höchststand hat der Nasdaq am 10. Juli erreicht. Und seitdem haben einige Titel schon ordentlich verloren. Am deutlichsten ging es im Nasdaq mit einem Minus von über 30 Prozent für Crowdstrike abwärts. Da wisst ihr, das war natürlich der Sonneneffekt wegen des weltweiten IT-Desasters von letzter Woche. Aber bei vielen anderen ist das Minus auch zweistellig. Und das ohne einen echten Fail oder auch ohne miese Zahlen. Das ist der gemeinsame Nenner. Es werden gerade viele Tech-Konzerne schon für Kleinigkeiten abgestraft. Auch wenn die Bilanzen fürs letzte Quartal gar nicht so schlecht ausgefallen sind. Und teilweise sogar die Erwartungen übertroffen haben. Als einer der ersten hat es vor einer guten Woche den niederländischen Hersteller von Chipmaschinen, ASML, erwischt. Da reichte ein leicht pessimistischerer Ausblick und Sorgen wegen möglicher weiterer Handelsbeschränkungen im Konflikt zwischen den USA und China, damit es deutlich abwärts ging. Seitdem gibt es im Grunde nur eine Richtung. In den letzten zwei Wochen hat ASML schon mehr als 18 Prozent verloren. Allein gestern waren es noch mal fast sechs. Und auch viele andere Chip-Aktien gehören zu den größten Verlierern der letzten Wochen. AMD war mit einem Minus von 20,3 Prozent der zweitgrößte Verlierer nach CrowdStrike. Fast genauso viel verlor auch Supermicro-Computer, gerade aufgestiegen in den NASDAQ 100. Und da kann man sich als Nvidia-Aktionär bei einem Minus von nur 14 Prozent in den vergangenen zwei Wochen gar nicht beschweren. Auch Micron Technologies minus 18,5 oder Applied Materials minus 18,1 finden sich in den Top Ten der Loser-Liste. Aber es sind nicht nur die Chip- und KI-Aktien, die ordentlich abgestraft wurden. Unter den zehn größten Verlierern im NASDAQ findet sich jetzt auch Tesla. Da hatten wir ja gestern ausführlich über die tatsächlich eher enttäuschenden Zahlen berichtet. Daraufhin ging es allein gestern fast zehn Prozent abwärts. Wobei die Bilanz da auch wirklich nicht schlechter ausfiel, als eigentlich vorher schon erwartet worden war. Man kannte ja schon die Absatzzahlen seit einigen Wochen. Also man hätte auch annehmen können, dass das schon eingepreist ist. Auf 14-Tage-Sicht liegt Tesla jetzt jedenfalls mehr als 16 Prozent im Minus. Und auch bei der Google-Mutter-Alphabet wiederholte sich das Muster, dass die Anleger trotz eigentlich ganz guter Zahlen, vor allem das H in der so Besuchten, klar, das Geschäft mit YouTube, das steht schlechter ab. Und die haben auch mehr investiert, als man erwartet hat. Aber ein wirklich gutes Cloud-Geschäft und auch wirklich gute Ergebnisse der Suchmaschine, die konnten auch nicht verhindern, dass es gestern um mehr als fünf Prozent runterging. Und das zog auch andere Tech-Werte mit runter, also Big Tech-Werte, die noch gar keine Zahlen vorgelegt haben. Apple, Amazon jeweils minus drei Prozent, Microsoft verlor fast vier Prozent, also die Magnificent Seven. Die waren in den vergangenen 14 Tagen gar nicht mehr so magnificent. Stellt sich natürlich die Frage, woran liegt es, dass der Markt so empfindlich auf kleine, schlechte Nachrichten im Tech-Sektor reagiert? Und noch wichtiger geht es jetzt so weiter. Also Analysten glauben, dass das Tech-Beben auch eine Folge der veränderten makroökonomischen Bedingungen ist. Wir haben ja hier schon öfter darüber gesprochen, dass die amerikanische Notenbank FED bislang eher vorsichtig abwarten agiert hat und jetzt aber dann doch der erste Zinsschritt erwartet wird. Entsprechend balancieren viele institutionelle Investoren ihre Portfolios neu aus, um sich darauf einzustellen. Und hinzu kommt aber natürlich auch noch, dass die Erwartungen einfach sehr hoch waren an die Tech-Konzerne nach der Welle der vergangenen Monate. Und da können eben schon kleine Enttäuschungen zu größeren Reaktionen führen. Und dieser Effekt verstärkt sich natürlich auch nochmal, wenn der Abwärtstrend mit zwei Wochen dann länger anhält und immer mehr Anleger aufspringen und auch noch verkaufen. Und dann kommt noch dazu, dass die ganz große KI-Euphorie vorbei zu sein scheint. Stattdessen wird von vielen Investoren inzwischen kritischer hinterfragt, wie eigentlich genau die Geschäftsmodelle hinter KI aussehen. Viel herumgereicht wird gerade ein Bericht aus The Information. Darin wird vorgerechnet, dass OpenAI allein in diesem Jahr einen Verlust von 5 Milliarden Dollar machen könnte. Ja, so faszinierend die Möglichkeiten der KI sind, so teuer ist die Technologie im Augenblick eben auch noch. Und das alles ist eine Gemengelage, die jetzt das Tech-Beben ausgelöst hat. Das heißt jetzt nicht, dass es jetzt auch so weitergehen muss. Im Gegenteil, Analysten sind eher optimistisch, dass sich um eine vorübergehende Episode handelt und überschaubar auch bleibt. Aber es wird natürlich auch darauf ankommen, wie die Zahlen der anderen Tech-Konzerne ausfallen, die in den kommenden Tagen und Wochen ihre Bilanzen vorlegen. Wir behalten es natürlich für euch wie immer im Auge. In der Triple-E-Idee stellen wir euch eine Art eierlegende Wollmilchsau heute vor. Es handelt sich um eine Aktie, die die besten Eigenschaften aus Value und Growth vereint. Also hohe Dividendenrendite und niedrige Bewertung bei gleichzeitig kräftigem Wachstum. Wie geht das, werdet ihr fragen? Philip Morris ist die Antwort. Tja, ein Konzern, der sicher nicht unumstritten ist. Der Tabakkonzern, der erlebt gerade einen Boom bei rauchfreien Nikotinprodukten. Da ist Syn, so heißt das, Z-Y-N. Das sind tabakfreie Nikotinbeutel, auch Nikotin-Push oder Nikopods genannt, die man hinter die Oberlippe aufs Zahnfleisch schiebt und einige Zeit im Mund behält. So gelangt das Nikotin über die Schleimhaut in den Körper. Syn gilt als moderner Nachfolger des altbekannten Kautabaks. Wer hätte gedacht, dass der nochmal zurückkommt? Die Beutel bestehen aus Pflanzenfasern, Feuchthaltemittel, Wasser, Aromen und eben Nikotin-Salzen. Anscheinend, dass der Kautabak doch zum richtigen Boom-Ding wird. Und zwar Syn wächst mit Wachstumsraten von 50%. Und das Beste an diesen Nikotinbeuteln, die sind sechsmal so profitabel wie die normalen Klimmstängel. Und Syn hat eine Rohmarge von 80%. Das ist ungefähr so viel wie ein Vidya. Und auch Icos, das ist eine E-Zigarette, die den Tabak nicht verbrennt, sondern nur erhitzt, die wächst kräftig. 13% beträgt das Plus derzeit. Und bei Klass und Zigaretten, da stagnieren die Umsätze trotz einer Preiserhöhung um 9%. Tja, Syn und Icos gelten als rauchfreie Produkte und Philip Morris als Vorreiter der sogenannten Rauchfrei-Bewegung. Schon im kommenden Jahr erwarten Analysten, dass die Hälfte des Umsatzes von Philip Morris aus eben diesen rauchfreien Produkten besteht. Also nicht mehr die klassischen Zigaretten. Auf 18 Milliarden Dollar taxiert Goldman Sachs den Bereich, versteht uns aber nicht falsch. Also Nikotin macht immer noch süchtig und ist ungesund. Aber zumindest haben diese Zigaretten-Alternativen eben weniger Schadstoffe, weil es nicht mehr verbrannt wird. Aber ihr müsst wie bei Rheinmetall oder bei Tesla eben schon auch selbst entscheiden, ob ihr das moralisch echt in eurem Depot rumliegen haben wollt. Die Philip Morris Aktie, die lockt mit einer attraktiven Dividendenredite von 4,7%. Und das Kurs-Gewinn-Verhältnis, das liegt mit 17,6% deutlich unter dem Marktdurchschnitt. Die PEC-Ratio, das ist ja das KGV, ins Verhältnis zum Wachstum gesetzt, die steht bei 1,88%. Aber wenn man mal guckt, bei anderen Unternehmen, bei Microsoft beträgt die PEC-Ratio 2,2%. Bei Nvidia wiederum, weil die wachsen so schnell, liegt sie bei knapp 1%. Und bei Tesla, da liegt sie bei sagenhaften 57%. Es könnte aber auch sein, dass die Analysten das Wachstum bei Philip Morris sogar unterschätzen und die PEC-Ratio sogar noch niedriger als eben diese 1,88 liegt. Analysten mussten nach den Zahlen am Dienstag ihre Schätzungen und Kursziele deutlich nach oben nehmen. Auch Philip Morris hat die eigene Jahresprognose deutlich angehoben. 72% der Analysten raten zum Kauf. Das Kurspotenzial wird aktuell mit 3% angegeben. Aber jenseits der klassischen Analysehäuser werden längst andere Kursziele ausgerufen. So will der renommierte Börsenbrief Daily DirtNap von Jared Dillon ein Kursziel von 200 Dollar nicht ausschließen, wegen eben dieses Sinn-Hypes. Und das wäre dann sogar ein Plus von 80%. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns wie immer über euer Feedback. Deshalb schickt uns bitte eine E-Mail an AAA, also aaa.welt.de oder ihr hinterlasst uns hier in eurem Podcast-Player eine Bewertung. Nadja hat uns geschrieben, ich zitiere mal eben, da ich in der Schweiz ansässig bin, fehlen mir manchmal einige Hinweise auf Schweizer Aktien. Sind diese vielleicht tatsächlich uninteressant? Falls nicht, würde ich mich sehr freuen, ab und zu auch über Schweizer Aktien etwas zu hören. Nadja, Asche auf unser Haupt. Wir haben da bestimmt ab und zu auch eine deutsche Brille auf und müssen ja dann immer noch die wichtigen US-Giganten im Auge behalten. Aber das heißt natürlich nicht, dass die Schweizer Aktien uninteressant sind. Wir haben auch gelegentlich schon über Nestlé oder auch Lin Sprüngli und andere gesprochen. Aber wir schreiben uns das hinter die Ohren, öfter mal in die Schweiz zu schauen. Aber die kann man auch so schwer handeln, diese Schweizer Aktien. Das ist das Problem, dass wir mit denen kein Börsenabkommen haben. Aber wir haben schon eine ganze Reihe anderer Fragen bekommen, nicht nur von Nadja wegen der Schweizer Aktien, sondern für unsere Sommerfragerunde in der Samstagsepisode mit dem Sommerfeld und dem Eckert. Ihr könnt noch weitere Fragen stellen, wenn ihr nicht nur wissen wollt, warum wir keine Schweizer Aktien machen, sondern noch ganz andere Sachen. Dann schickt uns einfach an aaa.welt.de die Fragen und die werdet ihr dann auch beantwortet bekommen. Und wenn ihr die Antwort nicht verpassen wollt, dann kann es nur heißen, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Und wir hören uns dann morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.